Hey Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute mit meinen drei Freunden, Aydin und Nico. Das sind keine drei Freunde. Lass ein Like und einen Daumen, um keinen weiteren Content mehr zu verpassen. Und lass einen Daumen nach oben da, damit ihr einen Daumen nach unten da lassen könnt. Wir gehen direkt mal rein. Wir sind schon im... Wie heißt das Spiel nochmal? Go, 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 go. Keine Ahnung. Dieses Video wird eh keiner angucken, wie er macht. Ich meine, es wird sowieso niemand das Video irgendwie... Liken, abonnieren oder ansehen. Wer ruft dich an? Keiner, Samuel. Dieser kleine... Dieser kleine Schmalspur, Alter. Seit wann ruft dieses Schmalspur sich an? Keine Ahnung. Der Dinger, seit wann hab ich überhaupt da in der Nummer. Okay, seitdem? Seitdem? Da hinten. Dann geb ich den... Da auch keinen Headshot. Komm, Messi. Ich geb mir jetzt gleich so einen fetten Headshot. Und schreib doch gerne in die... In die Copis Messi oder Ronaldo. Leck mir um Arsch. Leck mir um Arsch. Okay, ich bin eigentlich besser in dem Geil. Aber... Ich bin nicht aufgewandt. Ich spiele jetzt gefühlt seit 10 Sekunden. Was hat der jetzt am Ende gekommen? Na dran? Warum sagst du immer vor dem Video, Ruf, Freunde? Was? Du sagst immer, hey, Ruf, Freunde. Oh nein. Okay, Freunde, ich hab direkt gewonnen. Nice, Gigi. Peter Griffin. Hey, hijab. Nico? Ja? Ich nehm heute blaue Takis mit ins Training. Krieg ich? Ja. Digga, wir trinken grad Video. Wir reden übertraglich. Okay. Okay, Freunde, lass ein Like und ein Abba. Wenn ich jetzt gewinne, Freunde, dann müsst ihr alle ein Like und ein Abba lassen. Verstanden? Wenn ich gewinne, müsst ihr meinen Account liken. Das kann man in den Grund, oder? Das. Ich hab ein neun. Ja. Okay, Freunde, wir gehen nach dem Heck mal ran. Mach schneller. Meiner heißt Natechxadblut. Halsmob. Spaß. Oh wow, what a-t-t-t. Look around, stay around, stay around. What a-t-t. What the fuck? Oh, wohin? So, Freunde. Wir nehmen kurz meine Waffen, die voll gut sind. Einmal die Waffe, die ist richtig geil. Dann nehmen wir einmal das hier. Ach, Digga, ich bin hier Mitte der Welt. Nur weil ich Peter Griffin bin. Halt, nur. Warte, wer ist da in der Farbe? Warte. Geh weg. Wer ist Farbe rot? Leck mal raus, schräg. Okay. Was suchst du? Gott, ich hab die Fassern Headshot gegeben. Look at this, Headshot. Ich bin Peter Griffin. Bin ich doch auch. Doch, kleiner, aber Schengenheim. Aber ich bin mehr Peter Griffin. Ist gar nix. Weil ich besser bin. Mhm, Dietmar. Digga, bist du final. Lass den Kicken. Ich weiß, wann es wert ist. Ich versuch's scheiße zu tun. Hey Paul Becker. Junge. Was hast du schon, Digga, Emil Jan, steht nie mit uns. Ihr kommt los. Scheitere die Kombis Bayern und Stuttgart oder Leipzig. Nein, Stuttgart oder Bayern. Ich muss ja. tırg. Hier vorne. Lass ein Alkona lobe dort, wenn ich gewinnen soll. Badda Banda BAYPY KANNDA AU. KANNDA AU. du tanzt auch bei mir kribi lakwa schiesi amato die dördlinge noch einmal an der russ zu hause warum soll ich mein wuss machen bb 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 janie kommt ins bett schreibt doch gerne in den kommentare und schreibt doch gerne in die kommentare wenn ihr wollt für mein freund gute besserung da sei ja dann ist eine maschine anscheinend in seinem arm drin hat sein dings finger gebrochen und derzeit kommt halt keine videos mehr von jassen weil der sein finger gekappt oder schreibt den kommentare gute besserung grüße gehen raus an jassen nico das bin das was an enzo endlich nix die hälfte nzo nzo mach einfach kurz das video weg herhenten ok wenn endlich sich überhaupt angucken wird wenn die bauke er mal kennen aber ja abonniert gerne den kanal von enzo nicht ähm bei meiner kanal ist besser ähm ich mach bessere videos ich hab sogar schon mehr ich hab sogar schon mehr videos als mein als jasse wenn ihr ihn nicht kennt ich hab 58 videos und 48 dicker woher kommen die video kann auch vielleicht auch daran liegen weil ich gefühlt meinen alten kanal kopiert hab ist aber auch her ja ohne runterschießen ja so gut so gut so gut knack wie bin die balder kommenเรisa so bei der reisenden das würde mich schn���erschußen ich referent herum verschießen ober die grappi kacke bist du eigentlich ober ich bin wieder voll dieser trend fünf jahre Reicht ja. Oh mein Gott, ich bin wieder voll. Boah, mein AIM ist cracked. Zwei paar Duel. Niko, pass auf. Warte, jetzt kommt der andere Pusche, ich weiß. Ich wusste es. Fick dich. Spaß. Sorry, Aldi. Schlepp ihn gleich so hat. Ich meinte es nicht zu dir, ich meinte es. Also, der, den ich grad, äh, gegen den ich grad spiele, der ist echt kacke. In diesem Game. Digga, der ist gut. Wohl gut, Alter. Kann nur vielleicht gut Hits geben, aber sonst nix. Boah, schuld. Wohl mach ich. Wohl ich. Na, er fragt sich, was macht er? Was macht er nur in diesem Spiel? Passiert mit mir, Digga. Ich hab grad so einen Scheiß-Bug. Und holt euch auch den Pro Controller. Wo? In Fellbach. Mediamarkt. 70730 in Fellbach. So. 420 Euro hab ich gesehen. Das ist so richtig geil am Pro Controller. Weg mit dir. Du Hund. Schreib dir auch gerne in den Kommentare, wer der beste Spieler ist von uns drei. Ich würd sagen, ich auf jeden Fall. Ich würd sagen. Aber lass uns erstmal hören, was meine Freunde sagen. Wer ist der beste Spieler von uns? Wer ist der beste Spieler von uns? Nathan. Nathan. Eid ihn und dann ich. Okay. Ich bin auf jeden Fall der beste von euch. Und jetzt kommt der Zweitbeste. Hm. Wir entscheiden das unter einem Duell. Unter einem Bauduell. Kommt alle in die Mitte. Nicht killen. Der killt. Der wird. Nein, nein, nein. Nicht Bauduell. Egal. Spielen. Normal spielen. Nein. Ist alles in die Mitte. Ich fang an. Wehe jemand. Killt mich. Na okay. Kommt. Bauduell. Eid ihn heal dich. Kannst nicht heal. Komm mal Sheldata. Knall mich nicht ab. Ich denke. Komm mal. Ey lass Dings Pickaxe zu dir machen heute. Ja okay. Eid ihn heal dich. Der macht ein Pickaxe. Der macht dich wohl pro Ziele. Nein. Hier. Nimm diesen Pilz hier. Der ist gut. Der ist gut für deine Ernährung. Klar. Du probt die alter. Schlafen. Schau mal die Kornesix. Ich kann nicht so gut bauen. So. Komm wir machen Pickaxe zu dir. Ich bin mal grad nicht eingespielt. Komm Pickaxe. Okay warte warte noch nicht. Oh nicht mit Pickaxe. Doch. Pickaxe zu dir. Ja okay. Ich bin mal nicht eingespielt ne. Das hab ich kurz killen lassen. Ja. Damit ich auch zu schon kommen. Oha Digga. Der benutzt ja Pumpgun. Niko. Der ist wanted. Der ist wanted Niko. Hä? Er ist wanted. Komm Niko. Digga was hast du für ein Loot alter. Der nimmt einfach. Juki. Das wird jetzt. Aber ist schon krasse Parade von mir. Jo. Das ist wie ein 199er Gege. will ich mich nicht irre und kämpfe haben wir 13 31 diese rote noch und dann bettelt jetzt peter griffen nehmen die normale die ganze zeit mein namen nathan champions geben habe ich seit zwei jahren ist gesucht und habe ihn nicht gefunden dieses xp zeichen guck dich immer an das sieht so komisch aus ist es ist etwas laberte ich habe die freunde sein nicht ach nee der schlechten ans freund immer raus er wird da musik die lage die lune rechts was ich hoffe ich dieser gezwungen recht der gerade eben da warum heißt er gezwungen nach rechts Keine Ahnung am Rücken. Okay, Freunde. Ich geh mal auf Nico. Ach, nee, Digga. Ich geh mal auf Nico. Schau, ich geh. Nico push, Alter. Wer gewinnt da? Wer gewinnt da? Digga, wie? Ich hab rot, Digga. Der leckt, der hackt. Der hackt nicht. Der hat sich mit einer Scheißfalle getötet. Oh, komm her, Aldi. Du kennst jetzt nur Karma. So. Du bist auch der beste Spieler der Welt. Oh, wie laut sind meine Tasten, Alter? Ich komm langsam abhauen. Ich komm langsam abhauen. Taburi. So, ich nehm mir mal die Sonne gelbe aus hier. Ich bin schonil. Du willst halt den lassen. Halt ihn? »Komm klug, dein Kanal«! Halt ihn! K assessment! Komm, Gruppenkanal! Ansch Bath Нам K расп um Morris zu. virus machen. ImAS 1 001 ist Century Campus. die linie ich krieg die ja warum hast du nicht gekickt habe ich nicht gekickt ja ja ich habe eigentlich die linie auch gekommen ja wir wollen alleine spielen was wir wollen alleine spielen warum warum ja weil ja ich gehe kurz aus klo das dauert aber nicht so schnell okay nico gibt es noch so lange danke ich komme gleich direkt auch nach der kleine witzspieler dann nicht die der witzige mitspielen ja mitspielen ja sie doch led ja ja willst du mitspielen wieder da willst du mitspielen der runde nachher warum weil ich will kurz eine runde alleine ok warte ganz kurz warte bitte okay wir gehen direkt mal in eine ich bin gerade zu mir doch ich muss mich bisschen hochlevel ich bin ich bin gold 1 ich weiß ich kenne da ich kenne da niemanden ich kenne da niemanden den kann ich einladen wenn er gerade online du bist aber die kann kein deutsch okay die ist nicht online wie lange geht von ausnahme aha aha okay freunde schreibt auch euren rahmen in die kommentare ich will nicht bitte die lade schreibt ich weiß krass das kind kommt ja in ladung abnehmen ja ach ja ach ach sorry leute ach 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 ich habe gefühlt wie der aus unserer schule warte wie er ist das auch bald so wo hast du vor tun da hatte boha ich kette nachher der war in meinem kindergarten nachdem boha bett mohammed burtsam die schütte heißt burtsam schütze denkst du du bist krass wer nicht du so einer hier in der lobby der macht user dance also faken ich hab auch löser dance wann spielst du nochmal fordnet season 2 war so keine ahnung ich hab mir spiel auch seit da ich hab halt auch auf dem handy gespielt ich auch ich hab auch ich war auf handy mongral mongral oma sein vater wo landen wo landen wo landen die wo da sind die größten schwitzer nico das ist nicht meine markierung das war meine ja wir gehen da ja viel Spaß beim sterben machen wir blau oder rot da hin ja geht da also leute wir rüsten uns erstmal aus denn die sind welche mit mit der jungen ach wusste ich nicht ok wir gehen erstmal dahin killen erstmal alle und dann wer kriegt die waffe ich 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 krieg Schild mit Pistole ich nehm Mildadion und was krieg ich? epische Truhe mhm ok wir gehen direkt mal rein doch nice pump ich hab jetzt eine neue Waffe ich hab diese neue Waffe ich hab diese neue Waffe wusstet ihr was hat sich jetzt beim update fortet wird ein neues update machen ich hab eine Minute Chef ach Digga komm doch komm schon Mann ja 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 boah ey fick dich jetzt ist mein Schild jetzt ist zu gut ja hör auf zu beleidigen aber hab ich doch nicht naja töd ist man aber da ich sag so hör auf euch nico ich hab das nico ich hab unserem empire nico 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 Ich geb dir Deckung. Oh, Halla. Oh, ja. Ach, sind zwei Leute. Ich hab gesagt, baut. Wo ist das? Egal. Okay, das war's auch mit dem Video. Was laufst du? Das waren alle mit Krone. Oder Nathan? Krone ist nicht krass. War's das mit dem Video? Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Ciao.